hallo und herzlich willkommen hier ist wieder sind für euch heute mit einem neuen video und zwar geht es einmal als kleine ergänzung um den schon geht ich habe ja schon einige videos dazu gemacht ich werde ich mal zwei videos davon gerne mal verlinken da könnt ihr so ein stückchen hintergrundinformationen und euch schon ein bisschen was andere was man alles damit machen kann und um was es da genau geht um das system heute geht es bloß um eine ergänzung und zwar habe ich schon ein paar mal erwähnt dass ich ja mit bp arzt freien zwei liter karaffen im prinzip immer gearbeitet habe und wenn man aber eine größere familie also eine familie ist mit oder mit mehreren personen für eine einzelperson mag das immer gehen aber sobald man mehr wird ist das ein bisschen schwierig deswegen habe ich jetzt umgerüstet wollte euch das einmal vorstellen und zwar auf einen vier oder fünf liter das sind jetzt fünf liter fünf liter kanister vier liter werden genau gleich und habe dann unten den das schon gibt mit rein gepackt ja das ist jetzt nicht mehr nach weit weil das ganz schön schwer ist also folgendes hahn und erstmals das ist gut dass es aus glas ist das ist das eine zum anderen ist ja schon geht immer unten vorrätig das ist gut das heißt erst immer da kann auch das unterste und geringste wasser immer rein und ja hier am frau vom isser als schluss das heißt es ist auch immer wieder wasser vorhanden das ist ein großer vorteil der andere große vorteil ist natürlich dass ihr viel mehr zeit das wasser hat viel mehr zeit sich zu regenerieren weil einfach wir fünf liter oder vier liter haben und es ist einfach so bei zwei liter die sind innerhalb von acht stunden sind die denn locker aufgebraucht weil das trinkt man dann einfach zwischendurch mal so weg zu zweit ist geht es noch schneller und wir brauchen ja auch wieder acht stunden mindestens ich sage sogar 24 stunden auch wenn die entwickler oder was heißt die entwickler die jenen die das anpreisen der andere meinung sind aber ich finde man muss schon 24 stunden das ganze durchwirken lassen das merkt man auch geschmacklich ja und da kommt man natürlich in so ein kleines problems problem raste ein und das kann man mit diesen großen kanistern super entgegenwirken also dadurch hat man überhaupt keine probleme weil da geht der locker auf ein bis zwei tage und kann sich komplett durch rein wenn ihr darüber nach das ganze ziehen das reinigt sich das wasser durch in den acht stunden zapft ihr ab und dann wird es trotzdem immer noch von tag zu tag immer heilender und heilsamer okay das war es im prinzip so kleine ergänzung ich werde euch diesen kanister mal unten verlinken den ich persönlich habe und dann könnt ihr schauen da gibt es aber auch noch viele andere könnt ihr ein bisschen gucken überlegen in was für eine richtung jeder selbst gehen wollte und welche größe wichtig ist wenn ihr so kann es daneben müsst ihr mindestens 100 gramm edisch und giet verwenden euch holen ja das braucht ihr mindestens wir können sogar noch höher gehen ich habe 100 drin dadurch dass es länger liegt schafft er das aber ohne probleme ja also 100 nicht 50 mindestens 100 gramm okay das war's mit dem video kleine ergänzung alles liebe für euch bis zum nächsten sonntag ich hab euch lieb euer sit